Hallo, mein Name ist Anja. In stark eutrophierten, das heißt mit organischen Substanzen angereicherten stehenden Süßgewässern, findet man viele Einzeller, Protuzon, unter anderem auch das Augentierchen, Euglena, oft in großen Massen. Man kann Augentierchen auch selbst züchten. Dazu setzt man einen Heuaufguss an. Man nimmt Heu und übergießt es mit Wasser und lässt das Ganze ein paar Tage stehen. Dann kann man unter dem Mikroskop ganz viele Augentierchen oder Euglenen betrachten. Man findet Augentierchen jedoch nicht nur in eutrophierten Seen oder in eurem Heuaufguss, sondern fast überall. In Pfützen, Regentonnen, Bächen, Seen und Flüssen. Überall, wo es ein bisschen Wasser gibt. Dabei kommen sie, wie schon gesagt, meist in großen Massen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Mehr Informationen auf www.sofatfol.com